... vergessen. Mensch, Mama, die waren letzte Woche schon fast ausverkauft. Gut, dann... ...dann mach ich es jetzt sofort. Kannst du dann bitte nachher einkaufen gehen? Ach, nö, nicht heute. Ich schreib' morgen noch mal eine Eklosion. Kann ich Jamal gehen? Jamal? Sag mal, willst du gar nichts frühstücken? Ich mach' in der Pause. Klopapier ist auch an. Hi. Hey, ich versteh' den Scheiß echt nicht. Ich hab' vier Personen und vier Stühle. Wie komm' ich denn dann auf 24? Das ist so'n Scheiß. Das brauchst du eh nie wieder. Ja, doch. Das zählt fürs Abi. Wenn ich die Klausur jetzt verkacke, drückt das total auf den Schnitt. Ist das denn so wichtig? Ja, wenn ich was Gutes studieren will, schon. Guckst du gleich in der Pause mal an? Ging's echt schlecht. Da kommt dein Bus. Drück' mir die Daumen. Und vergiss' nicht anzuges... Ich muss nur noch kurz duschen. So direkt nach dem Training ist ein bisschen ekelig. Hi. Guten Appetit. Dank euch auch. Hey, das ist lecker. Was für'n schon mal. Hm. Wie läuft eigentlich das Training mit der Dressler? Nicht so gut, glaube ich. Die stresst voll, oder? Ja, aber die zahlt gut. Ja, hier. Das ist echt lecker. Müsste auch dringend wieder mehr Sport machen. Kannst du mir nicht ein paar von den Übungen zeigen, die du mit denen machst? Das hast du doch gar nicht nötig. Das gibt's doch nicht. Jetzt funktioniert's wieder. Ja. Ich hab' alles versucht.